Wenn es jemals eine wirksame Waffe gab, die sowohl als erfolgreich als auch als tödlich bezeichnet werden kann, dann ist es die Junkers Ju 87, die von den Deutschen als Sturzkampfbomber, von den Briten als Sturzbomber, oder, noch besser, als Stuka, bezeichnet wird. Kein anderes Flugzeug kann die Zahl der versenkten Schiffe für sich beanspruchen und liegt auch bei der Zahl der im Krieg zerstörten feindlichen Panzer an zweiter Stelle. Nach dem Abschuss von 62 Flugzeugen, womit er nach dem berühmten, roten Baron, Manfred von Richthofen an zweiter Stelle steht, und nachdem er den Krieg von von 1914 bis 1918 überlebt hatte, wurde der in Frankfurt geborene Ernst Udet Kunstflieger und Pilot in Afrika, Grönland, die Schweizer Alpen und Südamerika. Während eines Besuchs in den Vereinigten Staaten im Jahr 1931 beobachtete er die von der United States Navy entwickelten Sturzbombentechniken. Udet erhielt eine Mitteilung, um bei der Wiederherstellung des deutschen Flugdienstes zu helfen. Obwohl er es nicht eilig hatte, in die Luftwaffe einzutreten, machte er einige weitsichtige technische Vorschläge. Eine davon ist, dass Deutschland einen Sturzkampfbomber entwickeln sollte. Hitler wollte ein »Langstreckenartillerie« Flugzeug, das die vom deutschen Militär geplante Blitzkriegsstrategie ergänzen könnte, also begannen die Entwurfsarbeiten sofort. Im April 1935 produzierte und testete das Luftfahrtunternehmen Junkers einen einmotorigen Prototyp und so war die Ju-87 Stuka geboren. Der Name leitet sich vom deutschen Wort für Sturzkampfflugzeug ab. Obwohl es im Ersten Weltkrieg Sturzbombenangriffstechniken gab, wurden keine Flugzeuge speziell für diesen Zweck entwickelt. Das erste bekannte Flugzeug für den Sturzflug war die Junkers K-47, die Mitte der 1920er Jahre entwickelt wurde und im März 1928 erstmals flog. Es wird angenommen, dass 14 Flugzeuge gebaut wurden, zwei blieben in Deutschland, während die anderen zwölf in China verkauft wurden. Weitere Untersuchungen zeigen, dass dieses Flugzeug eine wirksame Waffe wäre, wenn es zur engen Unterstützung der Bodentruppen eingesetzt würde. Der Fortschritt wäre weitaus effektiver gewesen, wenn konzentrierte Luftangriffe den Weg für motorisierte Truppen und Infanterietruppen freigemacht hätten, und Deutschland beschloss, für diese Rolle geeignete Flugzeuge zu produzieren. Während es sich bei der 123 um einen Doppeldecker handelte, handelte es sich bei der aus der K-47 weiterentwickelten Ju 87 um einen Einzelmotor, der sich von allen früheren Junkers dadurch unterschied, dass er kein Wellblechgehäuse hatte. Ähnlich wie die Stuka, der 1940er Jahre hatte der Prototyp einen festen Rahmen und eine Möwenflügelform. Es wurde von einem Rolls-Royce-Kestrel-Motor angetrieben und flog erstmals im Mai 1935. Die Großserienproduktion des Flugzeugs begann 1937. Die erste Variante war die Ju 87 A1, mit zusätzlichen Tauchbremsen an den Außenflügeln. Der Kestrel-Motor wurde durch einen 640 PS starken Jumo 210 circa-Motor ersetzt, ein dreiblättriger Fastell-Motor. Geschwindigkeitspropeller und eine einzelne Heckflosse, die die Doppelflosse des Originalmodells ersetzt. Die Ju 87 A1 und die Ju 87 A-2 und A2 zeichnen sich durch ein größeres Getriebe am Fahrwerk und den 680 PS starken Jumo 210-Dolten-Motor aus, der auf die STG 163 übertragen wurde. Die Junkers Ju 87 ist ein Kampfflugzeug. Eine Formation aus Ju 87, Stuka, Sturzbombern, die normalerweise eine 250-Kilogramm- und später 500-Kilogramm-Bombe unter dem Rumpf und bis zu 450-Kilogramm-Bomben unter den Tragflächen trugen, erhielt eine tödliche Dosis, flog direkt über ihr Ziel, tauchte dann ab und warf sie ab Bombe in einem Winkel von fast 90 Grad. Der Stuka hatte umgekehrte möwenförmige Flügel, einen wassergekühlten 1100 PS Motor und einen großen festen Rahmen mit Radkästen. Gesteuert von einem Piloten und einem radioaktiven Schützen, hat es eine Flügelspannweite von 45,2 Fuß, eine Höchstgeschwindigkeit von 232 Meilen pro Stunde. Es verfügt über drei 7,9 Millimeter Maschinengewehre und kann 1100 Pfund Bomben tragen. Unter den Flügeln und dem Rumpf Es war ein unheimlich aussehendes Flugzeug, wie ein fliegender Geier. Der Luftfahrthistoriker William Green nannte es, eine teuflisch aussehende Maschine mit den abscheulichen Merkmalen eines Raubvogels, einem kühler Bad und einem festen Fahrwerk, gesprenkelt wie klaffende Kiefer und lange Krallen. Ironischerweise waren frühe Versionen des Stuka mit Pratt Whitney Hornet und Rolls Royce Kestrel Motoren ausgestattet. Wooded, der im Januar 1936 im Rang einer Brigade in die Luftwaffe eintrat, wurde zum Inspekteur der Jagd- und Sturzbomberpiloten ernannt und wurde Direktor der Technischen Abteilung von Reichsmarschall Göring. Das ehemalige Ass spielte eine führende Rolle bei der Entwicklung des Stuka und fügte dem Fahrwerk sogar eine Luftsirene hinzu, die Angst und Panik auslösen soll, wenn Flugzeuge abstürzen. Diese, Jericho-Trompeten, haben sich im Kampf als äußerst effektiv erwiesen. Der Stuka war seinen Konkurrenten einen Schritt voraus und erreichte 1937 als erster seiner Art fliegende Einheiten. Die Taufe der Stuka-Staffeln der Luftwaffe erfolgte schnell, als sie Ende 1937 nach Spanien entsandt wurden, um die nationalistischen Streitkräfte von General Francisco Franco während des Spanischen Bürgerkriegs zu unterstützen. Als Teil des Condor-Korps von Generalmajor Hugo Sperle, das spanische Städte und Dörfer verwüstete, waren die Junkers Ju-87 gegen Bodenabfertigungs- und Transportziele äußerst effektiv, wenn auch mit einigen Mängeln. Sie flogen an allen Fronten, an denen deutsche Flugzeuge in diesem brutalen Krieg zum Einsatz kamen und der Luftwaffe als wertvolles Übungsgelände dienten. Stukas haben sich in Spanien bewährt und ihre Produktion wird gefördert. Bis Mitte 1939 wurden monatlich bis zu 60 verbesserte B-Modelle auf den Markt gebracht. Sie reagieren schnell. Anfang 1939 wurden alle A-Serien zu Ausbildungseinheiten geschickt und alle Stuka-Geschweder mit der leistungsstärkeren Ju-87B-Serie ausgerüstet. Sie werden vom Direktheinspritzungskraftwerk Jumo 211A mit 1200 PS angetrieben, verfügen über schlankere Spannweiten am Fahrwerk und sind jetzt mit automatischen Tauchsteuerungen ausgestattet. Alle A-Serien wurden zu Trainingseinheiten geschickt und alle Stuka-Geschweder sind mit der leistungsstärkeren Ju-87B-Serie ausgestattet. Sie werden vom Direktheinspritzungskraftwerk Jumo 211A mit 1200 PS angetrieben, verfügen über schlankere Fahrwerksspannweiten und sind jetzt mit automatischen Tauchsteuerungen ausgestattet. Bei dieser automatischen Tauchsteuerung handelt es sich um eine Einrichtung, die zunächst vom Piloten eingestellt wird. und es ihm ermöglicht, die Ausstiegshöhe mithilfe eines Kontakthöhenmessers auszuwählen. Anschließend muss der Pilot etwa zehn verschiedene Manöver mit dem Fahrwerk durchführen, bevor er die unter dem Außenflügel angebrachte Sturzbremse öffnet. Dadurch wird automatisch der Sturzflugvorgang des Flugzeugs eingeleitet, wobei der Pilot den Sturzwinkel mithilfe von auf der Kuppel des Flugzeugs gezeichneten Anzeigelinien manuell einstellt. Die durch die Querrudersteuerung erzielte Genauigkeitslinie liegt normalerweise bei etwa 90 Grad und der Pilot kann sein Ziel durch eine Markierung auf der Kuppel des Flugzeugs sehen, das Flugzeug direkt auf dem Ziel auf die Erde abtauchen, ein Signallicht auf dem Höhenmesser, die Zündung dann leuchtet die Bombe auf und der Pilot drückt den Knopf oben an seinem Griff. Der Ausstieg beginnt, sobald die Bomben ihre Halterung verlassen. Die Bomben bewegen sich während des Sturzflugs weiter auf die gleiche Weise wie das Flugzeug auf das Ziel zu, während der Pilot etwa sechs Gramm abbekommt, wenn sich das Flugzeug stabilisiert und startbereit ist. Die Genauigkeit der Bombenangriffe liegt vollständig in den Händen des Piloten. Seine Verteidigung wird durch zwei Drahtmaschinengewehre MG 81 gewährleistet. Der Heckschütze verwendet ein ziemlich effektives Maschinengewehr. Aber es waren die langsame Höchstgeschwindigkeit und die geringe Steiggeschwindigkeit, die zum Absturz der Ju 87 führten. Die Stukas hatten ihren ersten Kampfeinsatz während des Zweiten Weltkriegs, als 53 deutsche Panzer- und Infanteriedivisionen, unterstützt von 1600 Flugzeugen, am Freitag, dem 1. September 1939 in Polen einmarschierten. Drei Jus-87 B-1 unter dem Kommando von Leutnant Bruno Dilli starteten zuvor der Tag, an dem die Dürschauer Brücke über die Weichsel angegriffen wurde, etwa elf Minuten bevor die Nazis den Krieg erklärten. Neben den vorrückenden deutschen Bodentruppen erwiesen sich viele Sturzkampfbomber als tödlich, indem sie polnische Panzer und Flugzeuge am Boden zerstörten, Flugplätze, Brücken, Autobahnen, Versorgungsdepots und Truppenkonzentrationen sprengten und bis auf zwei alle polnischen Kriegsschiffe versenkten. Die Luftwaffe lieferte ihre neun Stukas-Gruppen, insgesamt 319 Flugzeuge, um an dem Angriff teilzunehmen. In Frankreich wie in Polen hatte der Lärm der Stukas eine erschreckende Wirkung sowohl auf das Militär als auch auf die Zivilbevölkerung. Ein französischer General berichtete, dass seine Männer einfach erstarrt seien, als Wellen von Jus-87 sie trafen. Die Kanoniere hörten auf zu schießen und landeten, die Infanterie kauerte in den Schützengräben, betäubt vom Lärm fallender Bomben und den schrillen Schreien der Sturzkampfbomber, sagte er. Sie entwickelten keine instinktive Reaktion, um zu ihren Flugabwehrgeschützen zu rennen. Und das Feuer erwidern. Fünf Stunden dieses ALB-Traums reichten aus, um ihre Nerven zu erschüttern. In den folgenden Wochen, als deutsche Truppen im Westen landeten, kehrten die Stukas zu ihren konventionelleren Zielen in den rückwärtigen Gebieten zurück. Sie sind kontinuierlich im Einsatz, sofern das Wetter es zulässt, und die Besatzungen führen manchmal bis zu vier Flüge pro Tag durch. Der größte Jus-87-Angriff in der Luftschlacht um England fand am 18. August statt, der als «härtester Tag» in die Geschichte einging. An diesem sonnigen frühen Nachmittag begannen 109 Stukas, entsandt von drei Gruppen des Geschwader 77, die Radarstation Poling und die Flugplätze Gosport, Fort und Forney Island im Südosten Englands zu bombardieren. 50 Mi-109 wurden geschützt. Wie üblich trafen die Angreifer ihr Ziel mit großer Präzision, doch die Storms der 43. und 601. RAF-Staffeln stürmten mit ihren Maschinengewehren in die deutsche Formation. Auf dem Höhepunkt der Luftschlacht um England vom 13. bis 18. August wurden insgesamt 41 Stukas durch Spitfires und Hurricanes abgeschossen, und diese Verluste wurden vom Oberkommando der Luftwaffe als inakzeptabel erachtet. Da diese Flugzeuge notwendig sind, um der Macht der Royal Navy während der bevorstehenden Invasion Großbritanniens entgegenzuwirken, wird beschlossen, die Stärke der Sturzkampfbomber beizubehalten. Junkers Ju-87 werden aus der Luftschlacht um England abgezogen. Der endgültige Sieg des RAF Fighter Command über die Luftwaffe im September 1940 zwang Hitler, die Operation S-Line abzubrechen, aber die Karriere der Ju-87 war noch lange nicht zu Ende. Im nächsten Frühjahr und Sommer erwarten ihn Schlüsselrollen im Mittelmeerraum, auf dem Balkan und in Russland. 1941 war die Stuka praktisch veraltet. Es neigt dazu, sich aufzulösen, wenn es von Maschinengewehren von Hurricanes getroffen wird, und seine Steiggeschwindigkeit von 120 Meilen pro Stunde ist zu langsam, um für schnelle Jäger wie die Mi-109 Escort geeignet zu sein. RAF-Piloten genossen die Stuka-Party als risikofreie Form der Unterhaltung, während die Stuka-Besatzungen humorvoll scherzten, dass ihre Flugzeuge zu langsam seien, als dass ihr Überleben von der Geschwindigkeit ihres britischen Gegners abhängen könnte. Die Ju-87 erfüllten jedoch weiterhin ihre Aufgabe, alliierte Land- und Seeziele anzugreifen und fliegende Geschütze überall dort anzuführen, wo die deutschen Angriffe starteten. Als drei mächtige deutsche Armeen am Sonntag, dem 22. Juni 1941 die Sowjetunion angriffen, flogen acht Stuka-Gruppen mit insgesamt 324 Flugzeugen zu ihrer Deckung. Sie bombardierten russische Einrichtungen und Städte, während Kampfbosten und Infanterie gegen spärlichen Widerstand vorrückten. Das Flugzeug, das von Warschau über Stalingrad bis Kreta Terror und Zerstörung säte und die Macht und Grausamkeit Nazi-Deutschlands symbolisierte, überlebte seinen Baumeister. Ernst Udet, neben dem stämmigen und brillanten Göring und Erhard Milch, einer der bedeutendsten Planer der Luftwaffe, wurde im Februar 1938 zum Generalinspektor der Luftfahrt im Reichsluftfahrtministerium ernannt und war für die Konstruktion, Herstellung und Beschaffung von Flugzeugen verantwortlich. Aber seine Karriere bei der Vorbereitung der Luftwaffe auf den kommenden Krieg ist ein echter Sturm. Er hat sich als Versorgungsmanager selbst übertroffen, ist aber zu einem Schatten seiner selbst geworden, und seine leichtfertige Persönlichkeit wird durch Stress gebrochen. Udet wurde zu abhängig von Cognac und wandte sich den Drogen zu. Am 17. November 1941 beging er Selbstmord. Wie traurig für diejenigen, die sein Talent lieben. Ich möchte mein Video hier beenden. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, klicken Sie wie immer auf die Schaltfläche Gefällt mir, um uns zu unterstützen. Abonnieren Sie mich und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, wenn Sie einer der Ersten sein möchten, der meine neuesten Videos sieht. Und das motiviert mich noch mehr, mehr Videos zu machen. Und jetzt ist es Zeit, von Ihnen zu hören.